Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Natürlich habe ich auch die Alpha gezockt, beziehungsweise zocke sie gerade. Und deswegen gibt es natürlich dazu auch ein Video. Nehmt es mir nicht übel, dass ich diesen Monat so wenig hochgeladen habe. Ich hatte einfach irgendwie nichts zu zocken und deswegen habe ich nichts hochgeladen. Auch im Hauptkanal habe ich auch ein bisschen geschickt, habe ich glaube ich auch im letzten Video hier erklärt. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute kommen drei fresh Runden in der Alpha mit Anton zusammen. Ich werde noch ein Meine Meinung Video später hochladen. Also es ist jetzt nicht dieses hier, sondern hier einfach mal drei spannende Runden mit Anton zusammen. Checkt seinen Kanal ab, viel Spaß dabei. Holt euch auf jeden Fall noch den neuen Marcel Scorpion Scuff mit Code Scorpion 5%. Der wurde jetzt schon ultra oft verkauft und das obwohl ich so wenig hochgeladen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Also das Design kommt anscheinend einfach richtig gut an. Vielen, vielen Dank. Also checkt das Ding auf jeden Fall mal ab. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Gameplay. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal eine Wertung da. Ich mache nämlich keine Verabschiedung mehr. Let's go. Die kassieren so digge Shots jetzt, Digga. Was ist? Von Alex. Sex. Was? Laser Beam. Pssst, pssst. Ach, er ist da vorgelaufen. Ah, ein schlauer Fuchs. Raiko. Ach, die haben 12-3 da drin. Stehen vielleicht... Ey, das müssten wir auch machen. Wir müssen unsere Stats mal reinschreiben. Wie bitte? Na, unsere Winner- oder Loser-Stats. In Clantech schreiben. Stimmt. Sollen wir gleich bei 0-0 beginnen? Ja, bei mir ist einer. Oh, hätte ich den so geholt. Okay, er ist hinten im Spawn. Ja, stimmt, lass gleich anfangen, oder? Na. Aber... Ah, du bist auf dem anderen Account. Ist doch egal, welcher Account. Wir können eh nicht mehr zurückverfolgen, wie viele Matches wir schon gewonnen haben. Ja. Okay, Digga. Wir reden gerade zum Scheiß, Digga. Ich checke immer nicht genau, wo man da läuft am besten. Oh, wir müssen ausknipst, Digga. Ja. Ja, moin, Leute. Yeah, 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 yeah. Okay. Easy hier ist man auch in die G-Klasse geballert. Aber dann natürlich auch. Willkommen im G-Klasse gepanzert. Und du Peach-Rust, die Anjas. Anjas. Oh, yeah. Yeah, man. Oh, ja, Digga, du bist so tot, mein Freund. Nein, der hat... Wie viel AP hat der, Digga? Ja. I don't know, man. Er hat 22. Er war so weak. Yeah, yeah, he was so weak. I saw that, you know what I mean. Yeah, 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 you got his ass. You know what I mean. Jeden Satz mit you know what I mean. Wenn er wirklich 12-3 steht, wird jetzt erstmal schön die Tour versaut. Nach der Runde wird es 12-4 sein, mein junger Freund. Eins, zwei, drei. Erst one shot, eine. Ah! So. Die Nate und ein Hit habe ich ihm gegeben. Können beide hier sein. Digga, ich bin so one shot. Haha! Er ist oben drin, hier. Ah, den könnte ich... Ah, der ist zum anderen Haus gecrossst. Der ist zum anderen Haus gecrossst. Oh ja, das kannst du klatschen. Das spüre ich gerade. Wenn er da rausgeht, dann killt ihn immer in den Claimor. Er muss eigentlich unter dir sein, sonst ist er in den Claimor gelaufen. Natürlich nicht. Er hat eigene Regeln. Ja, du musst ihn... Ah, ich habe ihn gesehen. Er hat die schlausten Spieler, Digga. Du musst zusammen rechts gehen, komm. Alright, man. We can do this. Ah! Ich gebe ihm Hitmarker, er holt mich in derselben Situation. Das möchte ich sehen. Das ist so krass, Digga. Ich check's nicht. Ja, so muss es sein, Mann. No, man. Es ist aber so... Ey, ich check, Mann. Ich war die Shotguns nicht. Oh. Oh. I got him, man. Doppelt so viel Kills. Ich habe mehr Schaden gemacht. Echt, Chad? Na. Das ist halt wirklich krank, Digga. Ich verstehe das auch nicht. Ja, Mann. Are you ready for the next round? Ja, ja. Das ist schon... Aber sieht schon alles so aus wie so Paintball-Maps, ne? Ja. Ich würde auch lieber mit Paintball-Waffen schießen. Digga, ich verstehe... Jemand links? Ich rush durch. Ah, fuck. Doch, er war im Container, Marcel. Easy. Easy Clutch, Mann. Ah, schade. Ah, ja. Ey, stehen wir jetzt eigentlich 1 oder 2-0 schon? 1-0 für den Gegner. Ne, ne, ich meine, ähm... Wir wollten noch unsere Siege jetzt zählen. 1-0 die Runde vor, ne? Achso, ja, dann 1-0. So, wir uns kurz merken. Digga, ich verstehe es nicht. Warum werde ich am Anfang immer so angeschossen? Ich werde gepusht. Hab ihn. Noch einer? Oben, 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 oben. Der wird mich verfolgen. Ah, Mann. Ich hab dreimal Nachladen abgebrochen. Sehr gut. Ey, das war so belastendes Priming. Einen das rechts gelaufen. Fotoschrauber links. Kommt jetzt hier durch den Container-Safe. Was durch den Container sonst sterben will. Nice, wo war der? Über dir. Ich snipe ihn jetzt weg mit der Shotgun. Den Typen, der immer da unten im Headglitch ist. Ich geh auch nur auf ihn. Er... Das war so brutal, wie ich ihn in der Night-Aid hatte. Ich hab ihn auch so in die Fresse geschossen. Er ist hier. Im Container. Okay. Ich gucke linke Tür. Ich gucke linke Tür. Da ist Molotow, rechts. Er ist ganz hinten. Ganz hinten im Spawn. Die Runde dürfen wir eigentlich niemals im Leben. Das darf nicht mal knapp sein. Yeah. Ah, Digger. Keine Ahnung, wie der unten mir so viel Damage noch gegeben hat. Ich Headglitche. Ich geh auch Firstpick. Hab ihn angeschossen. Wow. Er ist für du ich. Ich hab ihn auch geflasht. Hab ihn. Sauber. Der andere ist hinten rechts. Nice. Schön. Ich will ihm so einen Headshot jetzt geben. Er hat mich er... Ja. Ich will, Digger, dieses Firstpick spielen. Das ist halt so riskant, ne? Guck mal, weil so ein Noob, der so durchstrayt. Warum auch immer. Ich nur mit der Deagle spiele, Digger. Ich bin komplett behindert. Ich hab auch mit der Deagle auf. Ich rush links rein. Shotgun. Hat das diese... Sniper-Shotgun, Digger. Er hat mich gesehen. Mann, Digger, ja. Du gibst mir One-Shot, Digger. Digger, was ist das für ein Pech? Er ist hinten links in der Ecke. Komm, lass ihn pushen. Hab ich. Noch einer rechts. Bam. Good shit. Schon wie ein Sniper auch, gell? Ja, das ist irgendwie heftig. Oh, nur D-I. Das haben wir safe. Da geh ich schon mal Firstpick. Einer Einschuss hab ich. Oh, 97 Schaden, bro. Einer ist hinten rechts, bro. Hinten rechts. Hab einen. Hinten rechts hast du den, ne? Glaub schon. Ah, einer ist Mitte bei uns. Geht unsere Treppe vielleicht hoch? Was ein Callout. Nice. Nice, man. Matchball. Yeah, yeah. Ich find das eigentlich immer eine gute Strap, Digger. Wenn man Mitte hoch geht, lass wieder Mitte hoch gehen. Und einer flasht hinten links und einer hinten rechts, weißt du? Da wissen wir schon mal, ob die da up-aimen oder nicht. Ja, stimmt. Okay. Wer flasht... Ich hab rechts. Niemand links? Niemand rechts. Nee. Container, dann müssen wir jetzt aufpassen. Guck du mal, wer die Container ist da einer? Nee, ne? Ich glaub nicht. Einer hat da abgeämt. Bei deren Treppen, deren Treppen abgeämt. Boah. Okay, 100, 100 liegen. Weiter. Flagge auf. Er hat sie, scheiße. Ja. Krass, wie schnell das auch geht, ne? Ja, das ist halt echt krank. Das ist eigentlich schon, bevor die Flagge spawnt, dahin gehen. Okay, Round 11, Mann. Ich hab einen, Marcel. Wieso geb ich mir Stimshot, bin ich dumm? Der flankt bestimmt, der flankt locker. Oh, ich hab mir auch Stimshot. Der ist im Container links, glaub ich. Also links von mir. Siehst du ihn? Kein Hitmarker, nee. Ich hab geprüft. Hinten im Spawn. Easy. Nice. Lass mal den Mittelgang und in beide Richtungen campen. Ja, ich weiß, was du meinst. Kann man machen. Hast du eine Benutzer-Deal oder MP7? MP7. Ich rush direkt jetzt durch. Okay, der Typ guckt auch nicht, glaub ich. Ich leg mich links hin. Ja, ich guck hier. Einen hab ich. Bist du im Tunnel? Ja, ich bin oben, Digga. Ich dachte, du willst oben hin. Nein, unten im Tunnel hab ich gedacht, du sollst. So, sorry. Ich hör einen rechten, oder bist du das? Ich bin hier. Bist du hinter mir? Ja. Nicht bewegen. Boah, ich hab irgendwie überlebt mit einem Leben. Schau mal. Nice. Haha. Einer ist links durchgelaufen, Container. Marcel, lass ihn up-aimen. Er ist... Ich hab ihn gestarkt. Sehr gut. Bin auch ziemlich weak. Er ist hier. Er ist, glaub ich, oben. Nice. Digga, guck bitte mal, wie dein Leben gerade gerettet wurde. Das ist so lustig. Ist da runtergesprungen, oder? Ja, hier. Ja, ich hab mich ja auch auf sich verlassen. Ey, Digga, er bleibt die ganze Zeit da. Ist ja nicht schlecht, Digga. Oh mein Gott, Digga. Du hast ihm so die Ehre genommen. Was hat er gemacht? Er hätte dich eigentlich holen müssen, ne? Er hat alles verfehlt. Er hast drei Schüsse nicht getroffen. Er ist auf den linken Headclitch komplett drauf. Ich bin mir sicher, dass er da ist. Ja, und ich hab recht. Und jetzt Molotow hin und bye bye. Er ist geflasht. Einer ist noch oben. Welchen hast du geholt? Einen bei der Treppe. Oben Geländer. Ja, ja. Geländer oben, oben, oben. Bist du noch? Lebst du noch? Gott, Alter. Das war so lustig, der Kill. Ich hab das so übersgaffet, Digga. Sniper Shotgun. Und Desert Eagle, ne? Ich leg ne Claymore in den Gang hier. Einer ist hinten rechts. Hinten rechts. Er ist hier im Gang. Er ist bei mir im Gang. Er ist bei mir im Gang. Oder hast du den geholt? Ich hab den schon. Achso, das war der? Einer hat mich abgeämt. Rechter Container, rechter Container. Der kommt eh hinten rum. Oh, Marcel. Hast du nicht gesehen? Mhm. Ich hab's auch zu spät gesehen im Callen. Okay, das wär sowieso egal gewesen. Aber wo? Also, Sound tun die? Weil ich Soundtour gar nicht irgendwie. Also, ich kann nicht... Wo ist schon Soundtouren, Digga? Also, ich Soundtour schon, aber ich hör nicht genau. Oben, oben, oben. Ich komm immer auf deinem Profil drauf. Der baitet. Ja, das war klar. Hink dich gleich ab. Beide hier, beide hier, beide hier. Ich bin unten. Einer hab ich, Marcel. Ich komm, wo bist du, der andere? Ich weiß nicht. Auch hinten irgendwo. Scheiße. Ist halt auch dumm von mir. Da muss man Soundtouren halt. Ich renne halt auch immer rum, so. Ich bin weak. Nice. Ahem. Soft. Gigi. Bis zum nächsten Mal.